So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy X HD Remaster, ich bin jetzt mit der U.B. 36 und wir machen jetzt bald den Endkampf von Seymour. Ja, Seymour kann mal wieder, ähm, also steigen, das heißt, jetzt mal die Ausrüstung rein, bringende Juwelen, ja, dann machen wir da den Stein rein, ähm, so, jetzt bringe ich den Felswappen rein. Okay, da sind auch die Felswappen drin, Wacka. Okay, da sind die Scheinwand drin, okay, die auch irgendwo. Ein Fehlgenerator, Kälte, Strom, Stummschutz. Okay, dann machen wir den, machen wir den Stummenarm rein. Okay, und dann gehen wir jetzt hier in die Ausrüstung, äh, in den Umbau rein. So, und er hat ja schon was. Das starre Steigenball. So, ist das nicht bei ihr nicht. Luna, du hast doch den Ring der Starre. Nimm den mal. Oh, wo ist er denn? Ring der Starre. Okay, was kann denn das? Den steigen die mal aus, ne? Okay, ähm. Entschuldigung, ich hab da noch einen Autochor. Ich weiß nicht, dass du nur deinen Kunden hast. Nee, 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 nee. Es ist null Monsters, es ist null Monster. Keine Feindkontakte mehr. Ja, genau, das brauche ich auch. So, ähm, da tut mir jetzt noch irgendwas hin. Okay, wer hat denn den Kälteball? Wer ist denn den Kälteball? So, dann kriegt er jetzt noch den Kälteball mit rein. Ähm, so, MAUI. Was ist denn der Ding da? Der, der Ding da hat, ne? Der, ob er auf jeden Fall ist, ne? Teilweise, ach ja. Steinsweifel, ja, ja. Steinsweifel, ja, ja. Kälteball, Stumpball. Hitzewald. Besteball. Kälteball. Deswegen hätte ich recht unbewusst. So, an. Feldschutz, okay. So, dann zieh noch Eier, genau. So, Stein-Totschlag und sowas, sag ich nicht, gell. Feldschutz. Okay, ähm. Feldschutz, dein Schuss. Und hier noch drin. Autochor. Ähm. P-5. HP-5. Ähm. So, das war's. Das ist Strom. Elektronik. Ähm. So, es war noch eine andere, ähm. So, es wird auch noch was rein, und zwar den Kälteball, oder? Strombus 50. Strombus 50. Steinschutz. 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 Okay. Alles klar. So, jetzt laufen wir zurück. Ähm. Wir sehen uns gleich vorne wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir gehen jetzt kurz um das Sperrbrett. Von allen, die aufgehörigen Level sind. Zeitgeschick um 3. Okay. Rinder, Magie um 4. Zeitgeschick von Talos um 4. Komplex von Talos um 4. Abwehr von Talos um 3. Ein Grabswirt für mehr HP für Yuna. Das braucht die Dame unbedingt. Und ein Zeitswirt. Wird geschickt von enorm 4 gestiegen. Alles klar. Ein weiterer Kraftswirt für Auen. Okay. 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 Ich muss jetzt überlegen, wo ich hin möchte. Möchte ich da hin zum Auen? Das weg? Oder? Okay. Hier brauche ich dann wieder Level 4, ne? Hm. Na gut. Da brauche ich eh ein Level 2. Ist das überhaupt passt. Also heißt es für uns, wir gehen entweder hier hin. Sagen wir nicht. Oder hier Leute. Dann wer die Ordnung hat. Was ist das mit dir? Der Panzerbrecher? Was ist das hier? Was ist das hier? Der Panzerbrecher? Der Panzerbrächer? So, was erlernen wir hier? Magie um drei, okay, alles klar. Lulu! Gut, dann... Ich muss noch einen Augenblick, ich speichere kurz hier. So, da bin ich wieder, sorry, mein Papa hat mich gestört. So, Lulu, wo muss ich denn mich mit dir hinbewegen, damit du weitergehen kannst? Ah, zurück, okay. Du musst den ganzen Blick außenrum verstehen, okay. Aha, okay, alles klar. So, wir speichern noch mal ganz kurz hier. Und dann wagen wir uns in den Endkampf mit Zlimor. Halt! Wollen wir speichern und die Gruppe ändern. So, jetzt aber speichern. Nun denn, auf geht's! So, komm mal, Yuya, allen zur Hilfe! Okay, Yuya ist jetzt doch mit dem Team, äh, na egal. Ähm, Yuya, du wechselst mit Owen an, komm gleich. Ansprechen. Ansprechen. Although he was not the man I once knew. Kenak was still my friend, Seymour. You will pay for his death! Der Angusgraf von Tyder steigt. Ansprechen. So, du, du, siehst Frieden von diesem schuldigen Leben? Du sprichst zu viel, Seymour. Der Angusgraf von Tyder steigt. Oder Stieg oder wie auch immer. Eisra! Ja, nee, ist klar, ne? Okay, Maui, ähm... Du greifst einfach mal... ...an. Ich werde Tags... ...energierigen. Ja, er heilt sich mal wieder. Äh... Tradition. Dreieckkreis, Vierieck, X, Dim, Dim, X. 6000. Okay, Maui, geh mal bitte zurück und hol Yuna ins Team, bitte. Äh... Weißmagie. Vitra auf... ...Tidus, bitte. Ah, daneben! Und Konter gleich draufgehauen. Geil! Okay, ähm... ...Tidus. Du tauschst mit... ...Macka, dass wir sein Ende mit T raushauen. ...Auah, gut! ...Ach! ...Ach! Juna, du sprichst ihn an. Zauberwerf und Juna steigt. Stein. Und es hat sogar geklappt. Okay. Ähm. Wie flirrt denn der Boss noch? Ähm. Weiß Magie. Medica. Stein. Schon wieder? Weiß Magie. Medica. Auf Owen. Aber du machst Platz für Lulu. Die macht die Ex-Taser, äh, voll gar. Sieben halt die Klappe. Die Klappe. Er saugt immer weniger ein. Das ist euch aufgefallen. So. Kimabie, komm mal bitte rein. Und mach deine Ex-Taser. Wie wär's mit... Sprung. Stein. Sprung. Stein. Auf wen? Haha. Die ist dem Wundergegen. Hahaha. Okay. Tschö. Riku. Riku, kommst du mal bitte und machst... Äh... Erstmal... Rauben. Die Klappe sind jetzt keine Items. Alex, da. Au. Gut. Dann machen wir halt eben... Basteln. Und zwar... Ähm... 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 Dem Polarwind. Kalter Schnee. Stein. Auf wen? Hast geklappt? Ja. Okay. Yuna, bitte komm rein. Ähm... Weiß-Magie, bitte. Weiß-Magie. Medica. Auf Lulu. Au. Yuna, du könntest eigentlich, ne... Deine Dings machen. Ich hab jetzt eigentlich alle schon dran gehabt, ne? Auen war... Alle haben eine Ex-Tazel gehabt, ja? Dann bleibt uns an einem nur noch... Yuna. Wie lange hat er denn noch? Hm, Meisterruf. So. Ähm... Ja, jetzt am meisten hat Bahamut. Dann holen wir unseren Bahamut ins Team. Auf geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, und mit ihm machen wir jetzt die X-Taser Sie sind immer noch nicht besiegt, beide? Wow! Wow! Vitra, super! Tetra-Element So, Tidus, komm her! Tetra-Element mal zwei Tja, das war's mit unserem Simoa zum zweiten Mal! Und dafür erhalten wir zwei Level-2-Spyropässe und ein Zellschild We escaped with our skins intact, but Yuna lost something I could already tell, her faith was shaken Yevon had betrayed her I felt like I should do or say something, anything But nothing came I was just as lost as she was And then Well? We're all clear We will have to avoid Bevel in the future Mm-hmm So, wir spielen mal wieder Tidus! So, ähm Ja, ein paar Leute hatten halt ein Level Deswegen geh jetzt ganz kurz in den Sparebrett rein Weil die Folge ist jetzt dann eh so am Ende So, ein Wunderspirt Zauberabwehr von Lullo um vier gestiegen Du sollst dich bewegen, bitte Benutzen Kraftspirt Angriffskraft steigt um vier So, zurück zum Menü Okay, dann sollte ich mal mit Lullo reden Aha I guess I shouldn't stop her You know? That's what I think anyway I wonder if there's a way to perform the final summoning and not die That'd be great, wouldn't it? Must be tough for Yuna Maybe you should talk to her Mein Typ wird verlangt Ja, aber wir schauen uns erst mal das Item Äh Das Item an, was wir bekommen haben Von unserem Endboss hier Das war's dann Ein Sellschild Notsell So, dann gehen wir noch ganz kurz in die Bestia rein 24. Kampf bis Genesung Okay Erlernen Ja, weil Er erlernt jetzt den Kraft-Tieb von mir Den Zeit-Tieb Den Art-Tility-Hieb Nein, vergiss es Panzerbrecher war erlernt er von mir auch nicht Anfern kann er gerne erlernen Aber Panzerbrecher, vergiss es Sammeln Nein Ahnen, okay Vita Vitra 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 Megapotion Okay Erzengel Ich weiß nicht, ob ich es ihm Erzengel beibringen möchte So, wenn ich jetzt mir kurz das Ding berühre hier Werde jetzt irgendwie wohl speichern können kurz hier Ja, hallo Okay, Kaya anscheinend nicht Das Spiel lässt mich nicht Ich glaube, jemand hätte das gedacht, in den letzten 1,000 Jahren Okay Okay Ja, die wollen Ja, die wollen halt unbedingt, dass ich mit Yuna rede Und ich kann leider nicht speichern Also mache ich das dann direkt im nächsten Video Also dann, Leute Äh, was? Moment, Moment Okay, Mari Er braucht noch was für sein Spearbrett Der erhält dann dafür einen neuen Schlag Den Schlafieb Den kann er gerne haben So Gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Video Bis dahin Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao